Oh ne, gleich muss ich eine Palme bauen. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Palme baut. Weißt du, wie man sich die Palme... äh, was? Der Scamming-PC. Banger, was geht? Warum Scamming-PC? Das ist Scam. Briefer-Games-Scam. Das wäre der Oberhammer. Übrigens, das mit dem Gaming-PC war Scam. Scamming ist ja auch auf Briefer-Games. Ich stelle mir vor, der ist Shitstorm. Wer wird den Gaming-PC gewinnen? Wir losen es jetzt hier aus. Und, da gucken wir, wer gewinnt. 3, 2, 1. Und das ist... Ich darf den Spawn nicht bewerten. Weil ich habe da mal bewertet und das Schild vergessen und das Schild richtig verloren. Ausrufezeichen-Ticket. Ja? 3,99 Euro pro Sekunde. Mitmachen. Chance ist da. Leute, richtige Leitung treffen. Gleich schlägt er nochmal zu. Der Hot-Button kommt. Gleich geht es nochmal los, Leute. Gleich, es wird heiß. Es bleibt nochmal heiß, Leute. Jetzt haben wir es gleich. Letzten 10. Ich verspreche euch, wir haben gleich einen Gewinner, der mit dem Buchstaben P anfängt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so ein Gefühl, ist nichts abgesprochen. Regie sagt auch Buchstabe P. Wir probieren das mal. Vorbei. Giveaway schließen. Aus und vorbei, Leute. Jetzt nicht mehr anrufen. Leitungen sind zu. Leitungen sind gerade zu. HGW an. Freaky Grab Sushi sage ich doch mit F. Genau so ist es, Leute. Du möchtest dich mit einem Streamer treffen. Bist dir aber unsicher. Keine Sorge, ich kann es hier bewachen. Ich komme da raus mit der Sniper. Alter, Sino, du bist genau so ein Creep, Mann. Wie Leute, die das machen würden, ey. Du bist genau so ein Creep wie die Leute, die sowas machen würden, Mann. Ich komme lieber nicht. Der Sino ist doch selber ein Stalker, ey. Ich denke, jedes Mal, jetzt kommt Gold. Eine haben wir noch. Ich höre noch nicht mal was. Ich habe gar keine Ingame-Sounds an. Deswegen weiß ich gar nicht, wann die Kiste geöffnet wurde. Aber ich denke mal jetzt. Was? Als ob? Grrrr. Miau, miau, miau. Du bist mit deiner Größe vollkommen zufrieden. Wer kennt das gerecht? So schaut aus. Das sieht aus wie ein getarnter Dildo, wo einfach oben fucking Laub drauf ist, okay? Das ist ein fucking Plug, wo einfach oben drauf Laub drauf gemacht ist. Ich gehe leider nie in meinem Leben duschen, war auch noch nie duschen. Das ist eben das Problem. Ich denke halt ziemlich krass. Und es macht bei meiner Meinung nach auch keinen Sinn zu duschen, ne? Auju, ich will mal ganz kurz die Flair-Richt-Ausricht nutzen. Was? Bin ich denn, Zap-Tor, oder was? Tschüss. Tschüss. Oh. Oh, das mache ich auch immer, das ist lustig. Ich meine, das ist das Recht aus Nutz und sowas machen wir nicht. Hast du jetzt gesagt, du kriegst keinen mehr hoch? Was, Zap-Tor? So wie hoch. Wieso, hast du Angst? Ja. Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimurabamurabum. Boom, boom, boom. Hey, der Wocker. Der Wocker. Sommerquart. Wo war's denn? Stehle Nacht. Heilige Nacht. Alles still, einsam wacht. Nur das traute hochheilige Wacht. Was sagen denn eigentlich deine Teamkameraden darüber, warum, warum sind die jetzt, weil, die Frage geht dann, bänger, wow. Digga, dieser Sound, der hört's, Digga. Ich raste aus. Entschuldigung. Ich mach dir später was cooles auf der Cloud, kannst du spät abholen. Du machst mir was, okay. Mir macht sonst nie jemand was. Oder mir macht es nie jemand, aber, okay, das... Letzte war professionell, Leute. Hab ich euch schon von meinem Onlyfans erzählt? Du hast Montes zehn Jahre Bart. Du hast Montes zehn Jahre Bart. Montes zehn Jahre Bart. Hat der so wenig Bartwuchs oder was? Geil. Nein, ist der Kürbis in Wütter. Haha. Da kann ich halt ausziehen, ne? Ja, wieder Kürbis, ja. Habt ihr... Wie heißt der? Wow. Ich dachte, meine Mods können mich nicht leiden. Huuuuh. Das ist nicht so. Meine Mods können mich nicht leiden? Nein. Okay. Wir sind ihre Diener. Wir sind ihre Diener? Ja. Okay. Unmelken gehen. Ja, sorry. Deine Mutter ist gerade leider nicht hier. Kann ich nichts machen. Du musst mal einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Lalalalalalalala. Schinkenbells. 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 Rock. What? Ich will den PC haben und dann verlose ich ihn an euch. Und dann schicke ich euch einfach meinen alten Drecks-PC und behalte den neuen. Und dann werde ich nie wieder streamen. Bist du Deppert. Schaut euch das an. Dres... Oula, macht's mich nicht fertig. Schau doch oben rechts auf die Abos. Oh, WTF? Daywalker hat in der Zeit mehr Abos gedacht als iPad über sieben Jahre hinweg. Okay, chill mal, Bro. Chill mal, richtiger Arsch. Ich wollte eigentlich den Scammer da reinschutzen. Du machst Diät? Oha. 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 Was? Bist du runtergefallen? Marco, dein Ernst. Du stehst im Loch. Alter. Echt jetzt? Und du bist sogar noch dran. Und du bist noch dran. Schieße einfach irgendwie hoch. In welchem Loch steckt denn der? Ich muss sagen, der kam da hinten. Ja, das ist tatsächlich 1A Content-Klau einfach. Aber noch niemand hat's bemerkt, glaub ich. Und jeder feiert den ab dafür. Yes! Und ich muss gerne, komm zurück. C da hinten weg backreする Jäuble. Weis Мlochen am Everyday 2000. Und ich hoffe, dass du noch nicht��는. Also, ein Seems Q-Ali selbst auch noch dran! Auf jeden Fall auf jeden Fall. Lebenslos later! Vielen Dank.